anzuziehen. Weil mich interessiert, ehrlich gesagt, ein buntes Plakat nicht. Mich interessieren diese ganzen Wahlkampagnen nicht. Weil wenn es darauf ankommt, dann sage ich, okay, super, dann wählt bitte einen Geschäftsführer einer Werbeagentur zum Bundeskanzler. Mir geht es darum, dass wir die Lebensverhältnisse in Österreich ändern. Mit aller Konsequenz. Und solche Beispiele kann ich Ihnen viele nennen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, obwohl die Umfragen für uns super waren, wir machen jetzt keine Neuwahlen. Das war kein Zögern, sondern das war Verantwortung. Weil Verantwortung übernehmen, da reden nicht mehr alles so schön drüber. Aber ich habe das gelernt in der Familie mit vier Kindern. Ich habe das gelernt in einem Unternehmen, wo ich das schäfe mit 42.000 Mitarbeitern und ihren Familien. Und Verantwortung übernehmen, wenn es draußen die Sonne scheint, wenn alles super rennt, super, dann übernehme ich Verantwortung. Aber Verantwortung übernimmst du dann, wenn es für dich selbst nicht angenehm ist.